60 cm Neuschnee in den Stubayer Alpen, 40 cm in den Zillertaler, Ötztaler Alpen und am Großglockner. Die hohen Berge der Ostalpen bekommen dieses Wochenende eine Schneehaube. Die Frage ist nur, ist die Bergsaison jetzt deshalb vorbei? Darum geht es in diesem Video. Keine Sorge, wir sind immer noch die Alpenacademy und nicht Kachelmannwetter. Ja, trotzdem möchten wir heute kurz auf das Thema Wetter zu sprechen kommen, denn dieses Wochenende ist etwas Besonderes. Ende dieser Woche kommt es zu extremen Neuschneemassen und das, nachdem wir jetzt lange Zeit eigentlich eine ungewöhnliche Hitzeperiode für September hatten. Die Frage ist jetzt nur, wie beeinflusst das das Bergsteigen? Immer wieder passieren Unfälle, gerade im Herbst nach einem frischen Neuschnee, weil viele Bergsteiger unvorbereitet sind, beziehungsweise sich mit diesem Neuschnee auf den niedrigeren Bergen nicht wirklich auseinandergesetzt haben. Heute möchten wir dazu eine kleine Anleitung liefern, wie man sich verhält, welche Berge jetzt gut gehen und welche nicht so gut gehen und ganz kollektiv ein paar allgemeine Tipps geben wollen. Der Neuschnee entsteht vor allen Dingen durch ein Tiefdruckgebiet, das jetzt über die Ostalpen zieht. Die Frage ist jetzt nur, was heißt das für uns? Das bedeutet nämlich, dass der Neuschnee wahrscheinlich liegen bleibt und jetzt bis in den Winter hinein bleibt. Denn die Temperaturen bleiben so im 0 Grad Bereich auf 3000 Meter sogar deutlich unter 0 Grad und voraussichtlich wird sich das auch nicht mehr ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Oktober nochmal richtig heiß wird, ist eher gering, deswegen müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass das so bleibt. Betroffen sind vor allen Dingen die Regionen ab 2500 Meter, aber auch schon darunter kann es zu Neuschnee kommen. Nur, dass der liegen bleibt, das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Alle Wanderer unter euch kann man jetzt natürlich beruhigen, denn die Wanderberge mit einem leichten, einfachen Weg auf einer breiten Kuppel, die müssen nicht besorgt sein, hier kann relativ wenig passieren. Egal ob Neuschnee oder trockene Verhältnisse, das Risiko auf Wanderbergen ist relativ gering. Doch wie schaut es aus auf den ausgesetzten Bergen, wie sieht es aus auf den Hochtouren, auf den Gletscherbergen, was müssen wir da jetzt beachten? Fangen wir an mit den Hochtouren, also allen Bergen, auf die man nur über einen Gletscher kommt. Gletscher sind in den letzten Wochen sehr stark abgeschmolzen, die Schneebrücken sind fast alle durchgebrochen, beziehungsweise weggeschmolzen, alle Spalten waren im Prinzip offen. Zumindest auf allen Gletschern, die nicht unbedingt nordseitig ausgerichtet sind. Wenig Neuschnee bedeutet jetzt, dass wir eine sehr dünne Auflage auf den Gletschern haben werden. Die wird wahrscheinlich über die Nächte auch ordentlich gefrieren, das bedeutet, wir haben firnartige Verhältnisse auf den Gletschern. Und vor allen Dingen, die flache und dünne Neuschneeschicht kann auf den Gletscherspalten wieder zu Brücken führen. Doch die Brücken werden in der Regel instabil sein, was davon abhängt, wie groß die Spalte ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die richtig großen Spalten, so wie sie am Großvenediger existieren oder in der Pasterza am Großglockner, die werden wahrscheinlich nicht mehr komplett zugehen, also zumindest nicht in den nächsten Tagen bis zum Winter. Aber die kleinen Spalten, die gefährlichen, über die man im Hochsommer jetzt gerade in den letzten Wochen durch die hohen Temperaturen einfach einen beherzten Schritt drüber gemacht hat, die werden jetzt wahrscheinlich wieder zugehen. Die werden sich durch den Neuschnee wieder verflüchtigen und da wird es natürlich gefährlich. Denn wer jetzt glaubt, dass diese Neuschneebrücken 100% solide halten, der kann sich relativ leicht irren, vor allen Dingen bei den etwas größeren Spalten, wo diese Brücken noch relativ instabil sind. 50 cm Neuschnee reichen in der Regel schon aus, damit viele Spalten wieder zugehen. Oftmals reicht es aber nicht dafür aus, dass wir eine solide Schneebrücke für viele Bergsteiger haben. Der erste, der zweite, der dritte, der kommt vielleicht noch drüber, aber irgendwann wird sie wahrscheinlich wieder durchbrechen, vor allen Dingen über den Tag, wenn wieder etwas Sonne drauf scheint, das Ganze sulzig wird. Da haben wir sehr instabile Verhältnisse. Das bedeutet, auf den Gletschern müssen wir zurzeit richtig gut aufpassen und uns sehr genau überlegen, wenn wir ohne Bergführer gehen, ob wir die klassische Spur, die den ganzen Sommer über gilt, immer noch so einfach gehen können. Das heißt, kollektiver Tipp für alle Gletschergeher ist jetzt sehr, sehr früh aufbrechen, schauen, dass man möglichst schnell über die Spaltenzonen drüber kommt und den Gletscher noch vor der Mittagszeit wieder verlassen hat. Ein weiterer Punkt, der nicht zu verachten ist, ist, dass nach dem Wochenende, beziehungsweise am Sonntag, wenn Freitag und Samstag die Neuschneemassen gekommen sind, es sein kann, dass viele Spuren einfach weg sind. Gerade auf flachen Gletschern kann es sein, dass die klassische Spur, die quasi den ganzen Sommer lang gilt, einfach unter dem Schnee verschwunden ist. Das bedeutet für alle Leute, die am Sonntag vielleicht eine Tour ohne Bergführer gehen wollen, dass sie selbst spuren müssen und dass sie vor allen Dingen unter Orientierung gut aufpassen sollten, wenn sie über Gletscher gehen mit einigen Spalten. Beenden wir das Gletscherthema und gehen weiter zu den Kletterbergen, beziehungsweise zu den Bergen im gemischten Gelände. Im Ötztal die Finalspitze, im Stubaital die Ruderhofspitze oder der Habicht oder einfach ganz klassisch der Großglockner. Alle diese Berge bieten leichte Kletterpassagen im ersten oder zweiten Schwierigkeitsgrad. Wenn hier geklettert werden muss auf einer Neuschnieauflage, dann kann das bei etwas höheren Temperaturen zu richtig gefährlichen Situationen führen. Wenn das Ganze vereist ist, sollte man sich bewusst sein, dass man mit Steigeisen klettern muss und das sollte man gerade im zweiten Schwierigkeitsgrad nicht unterschätzen. Das sollte man schon drauf haben, wenn man auf sehr exponierte Berge gehen möchte. Anfang der nächsten Woche kann es aber sein, dass es wieder etwas wärmer wird und die Neuschneemassen von 50 cm sehr warm werden. Ganz abschmelzen werden sie wie gesagt wahrscheinlich nicht mehr, aber das macht die Kletterei sehr sehr schwer, denn sulziger Neuschnee ist extrem rutschig und zum Beispiel auf Schieferplatten ist das Ganze dann lebensgefährlich, wenn man im ausgesetzten Gelände, wie zum Beispiel am Arnkogel, dann tatsächlich auf diesem Neuschnee aufsteigen muss und vor allen Dingen im Abstieg leicht ins Rutschen kommt. Noch ein wichtiger Punkt zu alpinen Klettersteigen. Nachdem Klettersteiger ja so ein Modethema sind, ist es wichtig zu sagen, dass Berge wie der Große Priel etc. tatsächlich deutlich schwerer werden können, wenn hier im langen Klettersteig, im alpinen Klettersteig jetzt Neuschnee liegt. Diese Klettersteige sind darauf ausgelegt, bei trockenen Verhältnissen oder zumindest im Sommer begangen zu werden. DE-Klettersteige mit Neuschneeauflage können lebensgefährlich sein. Deswegen sollte man sich vorher bei alpinen Klettersteigen definitiv erstens mal überlegen, ob man sich dieser Herausforderung gewachsen fühlt und zweitens definitiv sehr gut informieren, ob am Weg Neuschnee liegt, beziehungsweise wie zum Beispiel am Großen Priel, am Prielschutzhaus nachfragen, ob hier sehr viel Neuschnee liegt. Und nicht einfach drauf losstarten, das kann lebensgefährlich sein. Möchte ich euch jetzt hier mit alle Touren ausreden, ist die Bergsaison komplett vorbei? Nein, natürlich nicht. Bergsteigen ist zu jeder Jahreszeit möglich, man muss sich nur richtig darauf einstellen. Wenn ich jetzt nach diesem Wochenende losziehe und in der kurzen Hose und mit T-Shirt und einer Wasserflasche auf den Habicht oder die Ruderhofspitze oder den Großglockner starte, dann werde ich definitiv Schwierigkeiten kriegen und mich auch in Gefahr bringen. Man muss sich eben ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen, wie das eben im hochalpinen Raum so ist. Aber je niedriger die Schneefallgrenze wird, desto mehr Berge betrifft es logischerweise, deswegen desto mehr Bergsteiger betrifft es auch. Insofern erhöhte Vorsicht, mehr Sicherheitsgedanken wieder ins Spiel bringen, wieder länger darüber nachdenken, bin ich an der Tour gewachsen, bin ich den Umständen gewachsen und wieder mehr darüber nachdenken, was für Ausrüstung brauche ich mit, kann ich mit dieser Ausrüstung auch entsprechend umgehen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, kann ich auch psychisch mit einer ausgesetzten Passage mit Neuschnee umgehen, vor allen Dingen im Abstieg. All das sind Fragen, die vorher geklärt werden sollten. Das ist ein großer Unterschied zum Hochsommer, wo die Berge tatsächlich meistens trocken sind und schneefrei. Deswegen lass dir den Herbst durch diesen frühen Neuschnee, den wir jetzt kriegen, nicht versauen und mach weiterhin coole Touren. Und ich würde mich freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, welche Touren du jetzt in Zukunft dieses Jahr noch vorhast, bevor es dann weitergeht mit den Skitour-Themen. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir deswegen noch eine schöne Zeit und coole Touren, egal ob trocken oder im Schnee und bis zum nächsten Mal, bergheil! U n L in 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 Untertitelung des ZDF, 2020